Wunderbar. Okay. Ich vertrete die Interessen des SFB Prominenz in Sprache und da schauen wir uns Sprachverwendung in verschiedensten Phasen an. Unter anderem schauen wir uns hier heute die Psycholinguistik an. Die machen Eye-Tracking-Experimente und Messungen der Gehirnströme. Und das möchte ich mir gerne von Professor Dr. Petra Schumacher erklären lassen, damit ich es vermitteln kann. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Bereiche. Es gibt einmal die Bereiche, in denen Wissen produziert wird bei uns an der Universität. Und es gibt Fragen, die in der Gesellschaft formuliert werden. Wir versuchen diese Lücke zwischen den Fragen, die formuliert werden und den Orten, wo Wissen entsteht, zu schließen mit Matrix-Korrespondentenstellen. Ich finde es wunderbar, jemand wie Frieda Berg hier in Köln zu haben, die die Öffentlichkeitsarbeit für uns macht. Weil es ist interessant, für die Gesellschaft von unseren Ergebnissen zu hören. Wir machen Grundlagenforschung und daher finde ich es schön, unsere Ergebnisse zu übersetzen. Nicht nur für die Studierenden, sondern auch für die Bürger und Bürgerinnen. Vom Hintergrund her bin ich studierter Biologe, habe während meines Studiums hier und da als freier Journalist gearbeitet für verschiedene Medien und habe mir so neben dem Fachwissen im Studium Kommunikationserfahrungen angesammelt. Und das hat mir dann geholfen, diese Tätigkeit hier jetzt ausfüllen zu können. Aktuell bin ich zum Beispiel damit beschäftigt, eine Reihe von Erklärfilmen zu machen. Zum Beispiel einen Kurzfilm, 10 Tipps für gesundes Altern. Am Altern an sich führt kein Weg vorbei. Aber die Wissenschaft hat einige Punkte herausgefunden, die die Wahrscheinlichkeit, gesund alt zu werden, erhöhen. Die Forschung, die hier passiert, hat ja auch gesellschaftliche Relevanz. Und deswegen ist es zum Beispiel wichtig, ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen, wie man gesund altern kann. Wir haben auch so etwas wie Issue Monitoring eingeführt. Das heißt letztendlich, wir wollen natürlich auch wissen, was die Fragen sind, die die Gesellschaft bewegt. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Wir hatten jetzt gerade die Flüchtlingsproblematik. Jetzt haben wir idealerweise eben auch einen Bereich, der sich mit Völkerwanderung über Millionen beschäftigt. Wenn man das Ganze jetzt relativiert, verwissenschaftlicht, können wir diese Frage nach, was passiert hier eigentlich, über einen langen Zeitraum beantworten, damit ein bisschen auch die Ängste innerhalb der Gesellschaft lindern. Das Thema der Ausstellung lautet zwei Millionen Jahre Migration. Und unsere Idee war zu sagen, wir forschen ja an diesem Thema im SFB. Wir forschen über Migration aus Afrika nach Europa. Und gibt es nicht eine Chance, die aktuelle politische Situation und unser Forschen zusammenzubringen und auf diese Art und Weise vielleicht einen neuen Standpunkt zu diesem Thema zu gewinnen. Dadurch, dass wir das quasi in die Jetztzeit getragen haben, mit einer Ausstellung, mit einer App, mit allen modernen Kommunikationsinstrumenten, die es auch noch zusätzlich gibt, haben die Menschen angefangen darüber nachzudenken, naja, vielleicht ist Völkerwanderung etwas ganz Natürliches. Das wurde auch in der Presse so rezipiert, genau unter der Schlagzeile, Völkerwanderung gab es eigentlich immer schon. Und wenn das Wissenschaft schafft, die Dinge zu relativieren, wieder die Fragen zu beantworten, die möglicherweise noch nicht gestellt worden sind, dann haben wir unser Ziel erreicht.